Okay, nee, dann nein. Ich habe 14 von 15 Fragen richtig beantwortet, aber da war jetzt tatsächlich die Frage, welche ich nicht, wahrscheinlich das mit den Maskierungen, ja, die war halt etwas, etwas, ähm, hm, hallo Ingo Palm, hallo, 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 okay, okay, so. Oh, ähm, halt wie Download, okay, dann, okay, perfekt, aber sonst ist eigentlich, dann wollen wir das mal installieren, hm, yes, ich würde gerne ein Ding, warum es, Also, Blacky, ich weiß gar nicht, wie du, wie du richtig heißt, weil ich sage einfach mal Blacky, ähm, Ähm, ich würde mir das... Ach so, ach, okay, ähm... Warte mal, pisse dich. Lässt du da schon was rein, die Ding ist? Okay, warte mal, wir machen nochmal, geht's ab. Ah, nee, geht's weg. Mensch, pisse dich. Mensch, pisse dich. Beziehungsweise, nicht jetzt, sondern, ähm, wird man das dann eventuell mal morgen irgendwie davor mal anschauen. So, aber, genau, dann schauen wir jetzt gerade mal eben nochmal hier in den Server rein, ob es denn jetzt hier mal wieder läuft oder nicht. Servo läuft gerade, perfekt, ja, dann komme ich mal eben rein, ne? Oha, sogar nur 74 Leute drin. Oder kommen gerade wieder alle rein? Ah, okay, also haben wir jetzt, wenn du Glück hast, kriegst du noch eine kostenlose Taxifahrt zum Abschlepphof. Okay. Ja, gucken wir mal, wie's läuft, ne? Was sagt der hier? Okay, der ist am Installieren. Also, ich meine, der Server an sich, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, ist echt, echt schnieke. Die Leute sind echt cool drauf. Aber das halt mit den technischen Dingern ist halt so ein bisschen, das nimmt halt den Spielspaß. Und, ähm, wenn man halt andere Möglichkeiten hat. Warum auch nicht? Vor allem, ich glaub, dieses Alt-Wie, das hat halt auch irgendwie vom, von der Benutzeroberfläche ist halt auch einfach anders. Die LEDs anschäumen, ich glaub's Handy. Die ganze Nacht am PC, Monster im Blut, ich zock' FMRP. Nachbarn beschweren sich, Polizei, klopf, keine Zeit, bitte nerv' nicht. Die ganze Nacht am PC, Monster im Blut, ich zock' FMRP. Pizza bestellt unter NRG. Die Nacht wird sich wieder in die Länge ziehen. Brauche echt nicht viel, meine Technik, sie steigert den Sex-Appeal. Ey, du musst dich entscheiden. Ich hab' da gestern mal vergleichst, ich hab' mir zu Alt-Wie und Rage-MP, beziehungsweise Alt-Wie und 5M angeschaut. 5M steht ziemlich alt da. Ja, ich hab' mich natürlich gar nicht so informiert. Das ist halt immer so dieses typische Prinzip von dem, was man zuerst findet, ja. Und jetzt hier, 5M, beziehungsweise 5M hab' ich halt zuerst gefunden, so. Und, ähm, ja. Ich fand, das ist jetzt natürlich auch erstmal, erstmal schnieke. Ja, aber brauchen wir jetzt ja auch nicht tausendmal drüber zu reden. Mich nervt das halt ein bisschen. Und, ähm, ja, wir haben jetzt ja auch schon drüber gesprochen, dass man da theoretisch eigentlich auch mal irgendwie die Skripts irgendwie runterstellen könnte. Oder was weiß ich. Damit's jetzt halt erstmal wieder funktionieren würde. Und, ähm, ja. Naja. Aber, ich, ich finde, ich habe nicht das Recht, da, ähm, so, da drüber zu renten. Weil ich hab' da tatsächlich eigentlich nicht so die Ahnung davon. Und, ähm, ja, also, wie gesagt, ich werde mir dann jetzt mal erstmal auch außerhalb des Streams, weil ich bin ja jetzt eigentlich nur auf diesem Server hier, deswegen außerhalb des Streams mal den anderen Server anschauen. Und dann einfach auch mal eine Aussage drüber treffen zu können, ob das dann besser wird oder nicht. Und, äh, ja. Dann gucken wir mal, wie's läuft. Okay. Ah, jetzt. Da bin ich. Gut, dann geht's los, ne? Tschakalaka. Hallo? 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 Hallo, kannst du mal ein bisschen lauter sprechen? Irgendwie knackst du die ganze Zeit. Hörst du mich? Ja, ich höre dich schon, aber irgendwie ist die Verbindung ziemlich schlecht. Ich bin halt in der Innenstadt, weißt du? Ah, okay. Ja, ich bin gerade, äh, mit dem Abklappung. Ah, okay. Ah, holst du, holst du deine Karre ab? Weil ich dachte, ich würde hier auf dich warten, nicht, dass ich wieder Kopfschmerzen bekomme und dann muss man den ganzen Scheiß nochmal machen, weißt du? Ah, okay. Ja, dann, äh, würde ich, würde ich mir gerade mal irgendwie entweder was Fahrbares oder, ne? Ausleihen, ja. Oder vielleicht ein Taxi hier, nachdem. Ja, du kannst ja mal anrufen beim Taxiunternehmen, vielleicht. Es sind ja auch momentan kostenlose Fahrten. Mach ich. Ja, ich wach mal so lange auf dich, ja? Ja, okay, perfekt. Bis dann. Ja, bis dann. Ja, bis dann. So, jetzt hört mir hier aber, weil ich jetzt nämlich gerade im Hintergrund gestartet ist, GTA. Ähm, warte mal, ich muss mal hier eben, ich muss mal eben killen. Exit, oder so. Ach, Mensch, geht auch mal hier raus. Ja, raus da. So. 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 mein foxschutz was geht's wollen mein mann mein moin kuss kuss kürzlich zu sehen kommt jetzt hier weg taxi kommt ja aktuell ist halt der server von den funktionalitäten etwas überlastet das etwas schwierig ist aktuell noch hiermit mit kostenloser fahrt zum abschlepphof muss ich kurz gucken oder wenn nicht wie lange wie lange oder wie viel würden die fahrtkosten dahin die fahrt dahin würde also kostenlos ist nicht mehr leider ok kosten tut sie 300 plus fünf kilometer also 400 dollar insgesamt insgesamt ja ok haste klima ja perfekt aber zu trinken hast du nichts da wasser habe ich ist es im preis drin oder das ist für im preis drin sehr gerne gefälligkeit ja ich glaube ich muss aussteigen okay das ist ja nett das ist ja nett hast du nähe weißt du wie ich die droppen kann dir ja du also jetzt perfekt ja das das löte ich mir jetzt erstmal schön rein dankeschön dankeschön anstelle nicht vergessen jetzt gerade gemacht und wie war der tag in vielen sonnenwänden natürlich ja kopfschmerzen weißt du ja irgendwie ist aktuell bei mir ist mit den kopfschmerzen heute oder allgemein in letzter zeit ein bisschen viel geworben ja ja deswegen viel trinken weißt du dann dann ist das wenigstens nicht mehr so das arkt das problem ja ich verstehe ich schon ja wir haben bei der tag ist jetzt meine erste fahrt die nicht in vor free sein drin das weißt du ich meine ach so ja ja seit anderthalb stunden oder so richtiger fahrer und seitdem bisher aber nur abstürzer abstürze erlebt ja ok ja das ist natürlich dann auch auch super sowas ja aber mein geld kriege ich deshalb und wir haben als tax unternehmen jetzt auch mehr entschädigung erhalten vom staat ok ja also das nimmt sich nichts am ende ja also ich meine so lange du halt trotzdem noch dein geld bekommst du sich auch vollkommen in ordnung so sieht es aus du was machst du hier in der stadt hat arbeit ich lebe aktuell auch noch auf staatlichen kassen und habe aber einfach nur nicht das richtige standbein gefunden ja genau so ist es wirst schon finden was du suchst ja hoffentlich hoffentlich ja aber ich ist ja immer so ja also man braucht immer erstmal eine gewisse zeit bis irgendwo angekommen ist und dann dann startet man aber eigentlich normalerweise immer gut durch so sieht es aus ja ich hatte auch anfangs probleme hier in der stadt jetzt wurde ich da in taxi unternehmen was er aufgenommen hat angefangen da zu arbeiten und dadurch auch nette leute kennengelernt die mal cool da arbeit cool cool hast du dann ein standardlohn mit irgendwie zuschlägen oder hast du nur irgendwie jetzt meine erster tag aber ich glaube es hat irgendwas mit den kunden zu tun die man arbeitet und das ist irgendwie so ja das wenn ich die das gibt so ich glaube dass 20 bis 40 stunden weiß es gerade nicht tatsächlich aber die gewünschte lohn pro stunde und dann halt trinkgeld kann ich alles behalten ja wenn wir einen guten tag hat und dann kriegt so eine prämie zum beispiel ja